Hier ist die Botschaftsaufstellung vom Heimteam. Mit der Nummer 10, der Möme. Sie kommen! Und mit der Nummer 13, der Tom. Die Säge! Nein, nein, die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. Wir machen heute unsere profanen Bratwurst-Literatur. Bei uns ist der Schriftsteller und Fussballpoet Wolfgang Bortlich. Willkommen! Danke. Und nicht nur das, sondern auch Ehrenkapitän der Schweizer Schriftsteller Fussball-Nationalmannschaft. Wie wird man Ehrenkapitän? Ja, indem man den Klub quasi mitbegründet und altes halber dann nicht mehr mitspielt, weil es nicht mehr reicht. Und man bleibt aber dabei, also ist aktiv weiterhin tätig in der Administration und so weiter. Dann wird man halt Ehrenkapitän oder Ehrenspielführer oder was immer auch. Genau. Ist das grosse Problem dieser Schriftsteller, die Überalterung? Es ist ein Problem, ja. Wir haben uns vor 15 Jahren gegründet und der Nachwuchs ist spärlich, muss ich sagen. Es hat Nachwuchs, aber... Vielleicht müsst ihr euch dann irgendwann mal Blocker-Nationalmannschaft nennen. Dann habt ihr auf einmal all die Akten... Influencer-Nationalmannschaft. Nein, wir sind natürlich auch schon mit den Kriterien, mit den Aufnahmekriterien sehr grosszügig. Also kann auch die Autoren mitmachen. Das ist eine gute Idee, Blogger, ja. Ja, Radiomoderatoren haben sie auch schon angefragt. Radiomoderatoren haben wir auch. Das ist ein deutliches Zeichen. Das ist ein deutliches Zeichen für eine pure Verzweiflung. Es ist ein bisschen so, ja. Also mein Sohn zum Beispiel spielt auch mit, weil Blutsverwandtschaft gilt auch als Kriterium. Da könnte Standplätze vererbt werden. So ist es. In der väterlichen Linie. Mir ist aufgefallen, wir hatten schon die halbe Schriftstelle der Fussball-Nazi in unserem Podcast. Als normale, gewöhnliche Spieler, Pedro Lenz, Benz Friedli und Renato Kaiser. Der Präsident oder der Ehrepräsident, Patrick Czar und jetzt noch der Ehrenspielführer Wolfgang Bortleck. Aber ihr seid noch ein paar, oder? Also das Kader der Fussball-Nazi, der Schriftstelle ist relativ gross, dass bei den Spielen dann überhaupt elf wirklich kommen. Ja, also es sind... Die Adressliste ist etwa 40 Nasen, oder? Und wir bringen schon immer 13 bis 15 Leute auf den Platz. Wenn es gute Matches sind, wie zum Beispiel letzten Dezember haben wir gegen den FC Nationalrat im damaligen No-Stat de Suisse gespielt, dann können wir natürlich... Dann können wir es dann natürlich. Dann können wir es natürlich, dann ist es kein Problem. Aber wenn wir so gegen die Schweizer Winzer... Nein, dann können wir sie zwar auch, aber... Ich wollte gerade sagen, dann gibt es Gutes zu trinken. Ja, also, aber wir bringen schon genug Leute auf den Platz. Wer hat vom Nationalrat... Wer ist dir spielerisch aufgefallen dort? Ja, das war der Roger Hegi natürlich. Aha, ja, gut. Der, der sie eigentlich gecoacht, aber weil wir in der ersten Halbzeit besser gewesen sind, ist er für die zweite Halbzeit in die Hose gestiegen. Ja. Und das hast du natürlich sofort gemerkt, oder? Also, das ist eine Instanz auf dem Platz gewesen. Also, einer, der hätte Bälle monopolisieren können, der genau den Raum dargestellt hat, er selber quasi, obwohl er ja ein relativ kleiner ist, oder? Das hast du schon gemerkt, ja. Und der Wasserfallen ist natürlich nicht mehr so schnell wie früher, also, aber... Also, es hat ein paar gute Fussballer. Der Nussbein, der Käpt'n... Der Wasserfaller ist ja fast ein Nachwuchsspieler im Kreise von einer Nationalmannschaft, oder? Oder von einer parlamentarischen... Oder der alte Wasserfaller. Nein, nein, der Junge, also, ja. Falls ihr jetzt gerade mit Wolfgang Bortlick... Wolfgang Bortlick, sagt mir etwas, sagt mir etwas, falls ihr jetzt noch kein Buch gelesen habt von ihm. Es könnte auch sein, dass ihr regelmässig ein Gedicht von ihm leset. Er schreibt die Sportgedichte in der NZZ am Sonntag jede Woche. Darf ich eines vorlesen? Na klar. Ist das blöd, wenn andere deine Gedichte vorlesen? Nein. Du musst dir aber mühgen. Jetzt muss ich mir mega mühgen. Ja. Eines, was ich sehr schön finde. Elf Meter. Ein Ball. Ein Spiel. Ein Kampf. Ein Griff. Ein Schrei. Ein Fall. Gewälz. Ein Pfiff. Geschimpf. Ein Nein. Ein Ja. Ein Chor. Der Gelb. Die Punkt. Das Schuss. Kein Tor. Schön gelesen. Sehr schön. Und dann stille ich nachher aushalten. Das ist Wolfgang Bortlick. Kurz zu deiner Vita. Sehr interessant. Ich erzähle es am Fussball entlang. Geboren und Kindheit verlebt in München. Mit 13 kam ich dann in die Schweiz. Auf Aarau. Die haben dort die Jugendjahre und junge Erwachsenenjahre verlebt und in den 90ern nach Basel umgezogen. Das sind drei grosse Fussballstädte. München. Aarau. Basel. Er ist immer am Erfolg nahe. Ein klassischer Mode-Fan. Klar. Genau so ist es. In München kann man ja entweder Bayern oder 1860 München. Du bist ganz klar ein Loi. Ja, das ist klar gewesen. Also das ist 63, 64 Bundesliga, erste Saison. 1860 München ist dabei gewesen. Bayern München ist nicht dabei gewesen. Und da ist man natürlich 1860 Fan gewesen. Und ich bin in diesem Alter, also ich bin elf gewesen, elf, zwölf und es gab ja nichts anderes als Fussball. Also Karl May konnte man lesen und oder Fussball spielen. Und es ist eine lebenslange Beziehung daraus geworden. Also es heisst ja, einmal Löwe, immer Löwe. Also einmal Fan von 1860, immer Fan. Das stimmt bei mir jetzt. Aber ich bin kein fanatischer Fan. Also das stimmt bei dir trotz all den Querelen, die der Verein durchgemacht hat mit Dubiose-Investoren und Abstiegen. Du bist immer noch Fan. Ich bin immer noch Fan, ja. Also das ist irgendwie mein Herz eingegraviert. Also das ist eben, weil ich nicht so eine wahnsinnige... Also ich bin von anderen Clubs auch Fan. Also ich habe nicht so ein Fan-Monopol wie andere, die in Bettwäsche von ihrem Verein schlafen und so. Also das ist mir fremd. Es ist einfach eine sentimentale Erinnerung an meine Jugend vor allem. Und ich bin durch den Club zum Beispiel, ich bin in einem Bauern Dorf aufgewachsen, ich bin durch den Club in die Stadt gekommen. Also ausserhalb von München? Ausserhalb von München, ja. Südlich von München. Und bin durch den Club das erste Mal in die Stadt gekommen und habe das erste Mal mehr als tausend Leute gesehen. Also 40'000 hatten dort Platz im Stadion an der Grünwalderstrasse im 60er. und ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Leute auf der Welt gibt. Also das war eine wahnsinnige Erfahrung für mich. Und später dann die Derbys 1860 Bayern bin ich natürlich dann zum Teil aus der Schweiz, auf München, also zu meiner Verwandtschaft und die Matches anschauen und so. Und das ist, ich muss es so hart sagen, ich liebe 1860 München und ich hasse Bayern München. Ja, muss man ja, dann fast. Ich will dein Alter jetzt nicht erwähnen, aber nur so, dass du bei der Gründung der Bundesliga 1963 dabei warst. Ich mag mich nicht mehr so genau erinnern an die Gründung der Bundesliga. Ich weiss nicht, wie es mit dir aussieht. Ah ja, noch gewisse Sachen, irgendwo ist er da noch stecken geblieben. Timo Konietzka, das erste Goal der Bundesliga. Weiss ich nur, als wäre es gestern gewesen. Für mich ist 68 einfach Werner Lorand. Das ist später, ja. Das ist dann der letzte Höhepunkt bis anhin. Eben, sie haben doch ein paar Jahre... Champions League haben sie noch gespielt, da zuerst. Ganz früher. Nein, nein. Also Champions League war es schon Champions League. Ja, ja. Nein, doch, 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 doch. Mit so grössten Westentals dabei, so Penny Laut und so Sachen. Sind sie wirklich in der Champions League? Ich glaube, sie sind mal eine Saison in der Champions League, wo sie Vierter geworden sind, sich nachher qualifiziert hat. Würden sie nicht die Hand ins Feuer legen, aber wir schauen es nachher an. Ja, das müssen wir nachher anprüfen. Da habe ich meine Zweifel, ob 68 Mönche... Aber glaubt ihr fast alles? Es ist eine Zeit lang wirklich sehr, sehr viele komische Mannschaften in der Champions League gewesen. Wie Koshice. Also wenn Koshice mal gewesen ist, muss 68er-Amo gewesen sein. Sie sind dann wirklich... Sie haben neu angefangen, in der Vierten Liga. Sie sind dann jetzt doch wieder in der Dritten. Jetzt sind wir in der Bundesliga, ja. Wieder zurück im Grünwalder Stadion. Ja, ja. Oder an der Grünwalder Strasse. Stadion an der Grünwalder Strasse. Was ist das für dich für eine Zeit gewesen, die zusammen mit Bayern München in der neu gebildeten Allianz Arena gespielt haben? Oder immer, wenn Bayern gespielt haben, ist es Rot beleuchtet gewesen. Und wenn die 60er gespielt haben, ist es Blau beleuchtet gewesen. Ich muss sagen, ich habe nur ein einziges Spiel dort gesehen, in dieser Zeit mit Laurent, gewährten Bremen, wenn es mir recht ist. Und das war so ein Betonkübel, da war keine Stimmung, nichts. Also es ist ein wenig wie das letzte Rund. Das Zürich ist einfach zu gross. Und das habe ich jetzt nicht gut gefunden. Ich bin eh nicht so ein wahnsinniger Stadion-Fan. Also mir ist es schnell zu eng. In Basel ist es mir fast zu eng in diesem Kessel. Und im Letzigrund oder im Olympiastadion in München ist es mir zu gross und zu weit. Zum Glück sind ihr auf Aarau gezügelt, da konntest du auf das Brückliefeld. Aarau ist ideal für mich. Ich kann so etwas sehr eng werden, muss man auch sagen. Aber Kessel ist nicht das ganz richtige Wort für das Brückliefeld. Kessel ist falsch, ja. Nein, in Aarau, das ist ja das letzte Stadion. Also das Brückliefeld ist ja kein Stadion eigentlich. Es ist ja eine Brache, wo du dich frei bewegen kannst einigermassen. Du kannst oben durchlaufen. Und das ist natürlich etwas, das ich gut finde. Du kannst zum Bratwurststand über die Wiese gehen und dein Wasser abschlafen, indem du hinter den Wall gehst. Wobei das ja auch mal schwierig ist, wenn es dann regnet, wenn es regnet. Und dann musst du den Erdwall hinunter. Dann hält es ja reihenweise alle Leute auf den Sack, wenn wir dort hinunterlaufen. Und dann bist du dann ein bisschen auf dem offenen Pissoir vor dem Einfamiliehaus. Das ist wirklich wunderbar. Da kommt der Fussballromantiker sicher noch mit der Richtung in Gang. Ja, es ist pure Romantik. Das bist du auch, oder? Ja, ja, absolut. Ein Mitglied von dieser Pernokurve. Ich finde es eine super gelegenheit. Wir haben über so viele Vereine schon ausführlich geredet, natürlich der FC Basel in diesem Podcast, natürlich die Young Boys, der FC Thürich, auch der FC St. Gallen. Wir hatten sogar schon zweimal aus dem Leichtenstein, wo wir über Faduz geredet haben, über den FC Aarau. Und sein Stadion konnten wir wirklich noch nie sprechen. Darum bist du super hier als regelmässiger Gänger der Pernokurve. Unregelmässig, unregelmässig. Was ist das, die Pernokurve? Ja, das ist eine Gruppe von Fans, die vielleicht 20 bis 30 Leute sitzen. Und die sitzen immer an der gleichen Ecke, wo der Wurststand ist. Ich muss jetzt sagen, ich war jetzt schon sicher ein Jahr nicht mehr. Aber es sind immer die gleichen Leute. Und man geht vorhin ins Restaurant Sportplatz, gerade gegenüber, und trinkt dort im Hof hinten ein Bier oder eben schon der erste Pernokurve. Und geht in der Pause dann wieder rüber ins Restaurant Sportplatz. Früher hat das Jufer geheissen. Also der Jufer ist jedem Aarauer ein Begriff. Und dann trinkt man in der Pause dort einen Pernokurve. Und dann geht man die zweite Halbzeit wieder schauen, was jetzt zum Teil nicht mehr ging wegen diesen sogenannten Hochrisikospielen. Also es wird einem alles ein wenig austreiben mit dieser Professionalisierung. Das ist ja eine grossartige Vorstellung, dass man in der Pause ein Stadion verlässt, um einen Schnaps zu trinken und dann wieder kommt. Also ich muss sagen, ich habe ja auch schon mal die Ehre gehabt, um einen Match verfolgen mit der Pernokurve. Und das war wirklich eines meiner absoluten Stadionbesuch-Highlights in der Schweiz mit den Leuten, die alles sehr, sehr herzliche Leute sind, schon seit Jahrzehnten dabei sind. Und dann einfach die Traditionen, die man dann hat. Man steht dann jetzt und alle zusammen, es plaudert alle mit allen. Es geht so halb um Fussball, halb um gesellschaftliches, Freundschaft, alles das. Und dann gehst du auch schon wieder aus dem Stadion hinein, wieder in den Hinterhof des Restaurants, den Pernokurve trinken, und dann wieder zurück. Und es ist völlig egal, wer der Gegner ist. Es ist wirklich völlig wurscht. Und sie haben ja, das haben sie mir damals auch gesagt, sie finden es eigentlich viel lässiger, eben gegen Chiasso zu spielen und gegen Wien und so, als wenn wieder Basel-Liebe oder Zürich kommt. Und dann heisst es wieder, ah, Vorkehrungen, wir können jetzt das alles nicht mehr machen, was wir sonst damals gemacht haben. Und lässig ist Spass. Und es hat ja dann gar nicht mehr gegangen, solche Spiele. Ja, das ist schwierig, ja. Die Challenge-Liege ist eigentlich die Liga für Aarau, muss ich jetzt sagen. Das sagt man in Aarau auch. Nicht alle. Der Klub selber natürlich. Aber die Aarauer an sich und die Aarauerinnen an sich, schon seit 20 Jahren ringt man um ein neues Stadion. Und es steht immer, das ist ja viel eine längere Geschichte als die Geschichte in Zürich, um ein Fussballstadion in Zürich. Ja, da hat es ja schon ganz hochtrabende Pläne gegeben, wo sie dann Meister geworden sind. Und dann nachher noch die wirklich grossen Pläne hatten. Hät es ja das grosse Stadion in der Erkiesgrube in Sinsheim. Nein, nicht Sinsheim, das ist in Deutschland. Schafisheim. Schafisheim in der Erkiesgrube. Also das 30'000er Stadion in Aarau ist ja dann zu Glück nicht gekommen. Nein, das hat man ja gewusst. Das Brücklefeld liegt ja eigentlich nicht auf Aarauer Boden, sondern auf dem Boden der Nachbargemeinde Saur. Und man weiss seit eh und je, das ist der beste Baugrunde, dass Saur den Boden für sich haben will. Und wegen dem hat man eigentlich schon lange geschaut, dass das Brücklefeld aufgehoben wird und das Stadion noch einmal anders kommt. Aber es ist eine unglaubliche Geschichte mit politischen Wahnsinnsentscheidungen im Stadtrat. Also es ist ein Haufen von Amateurern, die dahinter sind, die haben nichts mit professionellem Fussball zu tun. Und es ist ja schön. Also wir singen mit der Schwalbenkönig, also meine Fussballmusik-Kombo, singen wir. Der Gogo, unser Musiker, hat ein Lied über das Brücklefeld komponiert. Ich glaube zehn oder zwölf Jahre alt. Und sagt dort, die Backer fahren auf. Also seit zwölf Jahren singen wir dieses Lied und es ist nichts passiert. Es gibt ja auch noch ein anderes berühmtes Lied über das Brücklefeld. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, oder? Der super YouTube-Hit von ... Ist das jetzt der Moment, wo du anfängst zu singen? Nein, auf keinen Fall. Aber ihr kennt das sicher auch, das Brücklefeld Ole. Auch wenn wir es kennen, wir würden es so tun, als würden wir es nicht kennen, damit du vorsingen musst. Nein, das kann man gar nicht. Das kann man nicht genug würdigen, wenn man es nachsingt. Das muss man hören. Das ist so Eurodance, also ganz schlimme 90er Jahre Eurodance, mit so ein wenig Latino-Klänge dazwischen. Und dann kommt halt das Brücklefeld Ole, Brücklefeld Ole. Und jetzt weiss ich nicht, wie es weitergeht, aber es wäre fantastisch. Also die Lyrics sind auch fantastisch. Es ist alles fantastisch. Ja, das ist, glaube ich, wegen der Meisterschaft. Ja, ja. Dort 93. Genau. Ja, aber das ist ... Ihr kennt das jetzt zum Beispiel nicht, weil ... Du kennst das nicht. Das müssen wir jetzt hier abspielen. Das ist wirklich so ein Highlight. Absolut super. Ja, hätten wir uns das vorher überlegt, hätte ich es nicht parat machen können. Ich habe es nicht verleidert. Ich denke, das ist so bekannt, das muss man gar nicht erst nachspielen. Es muss sagen, so wie wenn man nicht irgendwie Yellow Submarine vorspielen müssten. Ich finde es so etwas auf dem Level. Beatles. Ja. Der Eurobeats-Hit. Das ist so gut. Wahrscheinlich hätte es DJ Bobo komponiert. Nein, es ist ... Das habe ich auch mal gewusst. Das weiss ich jetzt auch nicht mehr. Er ist noch ein Aarau-Fan. Seit ein Jahr älter wurde, bist du Happy Birthday an dieser Stelle, liebe Männer. Danke. Ja, let's slide. Es liegt alles ab langsam. Aber du machst dich gut erinnern. 93 Meistertitel. Ja, ja, ja. Unter dem Rolf Ringer. Ja. 85, glaube ich, noch ein Köp-Sieg. Ja. Ottmar Hitzfeld. Also ... Im Gegensomachs. Der Wald Iselin mit einem Bomben-Schuss. Also der FC Aarau hat auch gloriosen Zeiten. Es ist allerdings schon ein Zeitchen her. Ja, also man hätte auch dort 93 nie gedacht, dass das Aarau Meister wird. Dort ist ja schon GC irgendwie in der Abstiegsrunde gelandet. Und ich mag mich noch erinnern, ich bin an irgendeinem Match gegen IB. Es war, glaube ich, schon die Entscheidung gewesen, weil es ist ja schon zwei oder drei Spiele. Tage vor, vor Ende sind es schon Meister gewesen. Und ich mag mich erinnern, weil ich dort meinen Sohn, der ist dort 5 Uhr gewesen, auf der Schulter hatte. Und das kam dann nachher in der Presse, das Foto mit meinem Mann auf der Schulter. Und ich mag mich erinnern, die haben wahnsinnig guten Fussball gespielt. Die hatten auch super Spieler. Oder Roberto Di Matteo. Alexandrov. Ja. Di Matteo ist einer der besten Fussballer, den ich je gesehen habe. Also live, muss ich sagen. Und Alexandrov, eine Goalmaschine. Und eisenhärte Verteidiger. Oder Urs Küni. Mit dem habe ich heute noch Kontakt. Der sitzt auch in Werdischweil in der Beize dort. Und das war eine super Mannschaft, die einfach einen Zusammenhalt hatte. Und es klingt jetzt blöd. Der Triumph des Willens. Aber das war es irgendwie. Und für Aarau war das natürlich super. Er hat Rolf Ringen dann doch noch eine grosse Trainerkarriere beschert. Ich weiss zwar die Reihenfolge nicht mehr. Er war nach Aarau zu GC. Und dann Stuttgart. Und dann Stuttgart und dann Nazi-Trainer geworden. Ja. Ja. Vakku. Ja, das ist dann das, was blöd weiss bleibt. Das 0-2. Aber in Stuttgart ist der natürlich, auch wenn die Resultaten nicht ganz gestimmt haben, aber der war natürlich ein super Hild, weil er halt so einen Fussball in die Bundesliga gebracht hat, den sie dort nicht gekannt haben. Nämlich? Ja, Viererkette. Die anderen haben alle noch mit Libero gespielt. Alles völlig überalterte Taktiker. Und er hat völlig Neues gebracht. Und der war ja total beliebt. In Stuttgart? In Stuttgart. Bis dann aber irgendwann nicht mehr gegangen ist, aus resultattechnischen Gründen, wo er dann gleich gespickt wurde. Im Wallis ist er auch besonders beliebt. Und Jogi Löw hat ihn ja sozusagen rausgebracht. Also der Löw war Assistent beim Fringer in Stuttgart. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das ist die Fringerschule, die die Deutschen heute spielen. Der FCA hat ja, wenn man euch so zuhört, weil ich bin noch nie, ich muss das gestern, ich bin noch nie im Frückli-Fall gewesen. Ernsthaft? Ich habe das auch schon gesagt und das ist immer noch nicht passiert. Wobei in Zeiten wie denen ist es momentan ein schwieriges Stadion. Du musst gar nicht Ausreden suchen. Nur nie im Frückli-Fall. Ich hatte genug lange Zeit, zu meinem Frückli-Fall. Nur schon wegen diesem Spiess. Ja, der Fackelspiess. Der Fackelspiess. Sensationell. Sehr legendär. Auch legendär ist natürlich, wenn die Gastgeber mehrere Bierposten gehen. Dann hat es ja die Getränkenstände, die notorisch überlastet sind. Es ist egal, welcher Zuschauer das hat. Es kommt völlig netto vor. Da muss man immer relativ lange anstehen. Aber die besten Zettel hängen dort hinter dem Ausschank. Das Bier kostet glaube ich vier Franken. Und sie haben hinten dran, neben der Kassette, sozusagen einen Hilfszettel. Und dann steht so, einmal Bier vier Franken, zweimal Bier acht Franken, dreimal vier, zwölf Franken, geht so bis auf acht. Dass man immer nur drauf schaut. Ah ja, es kostet so viel. Das ist gut, das Bier. Ist nicht so blöd. Nein, ist nicht so blöd. Und trotzdem geht es lang? Es geht immer sehr lang. Dann muss man immer relativ viel holen. Und dann stellt man sie ja, die Pernokurve stellt sie ja einmal auf den Stromkasten. Oder was auch immer das ist. Ja, das ist ein Stromverteiler. Sehr praktisch. Dann kannst du eben viel dort abstellen. Dann hast du immer gleich Nachfragen. Das gibt es im neuen Stadion. Und dann auch nicht mehr. Nein, eben. Das ist ja das Problem. Ich sehe das im Joggenli in Basel. Das ist einfach nicht mehr Konsumentenverhältnis. Es gibt niemand mehr Platz, um dein Bier oder dein Pernokur zu abstellen. Nein, ja, eben. Unmöglich. Es ist ja wahrscheinlich eine gewonnete Sache. Was ich auch in Aarau so schätze, ist, dass du irgendein Spiel schauen kannst und du kannst gerade dort ein Ticket kaufen und du stehst an und dann stehen vor dir ganz viele Leute am Anstehen und die reden dann miteinander und fragen dann so Sachen wie, gegen wer spielen wir heute eigentlich? Weisst du, es kommt gar nicht darauf an. Du kannst einfach das schauen, das gehört dazu, das Brückelfeld, das Erlebnis ist lässig. Es ist egal, ob das Giasson kommt oder Basel. Es gibt ja nicht so Schwankungen bei den Zuschauern. Klar, wenn es einmal in der Super League sind, dann kommen mehr, weil dann auch viele Gästefans kommen. Aber sonst ist es einfach immer solid deine dreieinhalbtausend oder manchmal viertausend Zuschauer und die kommen einfach immer. Weil einfach lässig. Weil einfach lässig. Es klingt für mich ein wenig nach FC Winterthur. Es ist ein altes Stadion, vielleicht auch etwas baufällig da und dort. Was in Aarau deine Bernau-Kurve ist, ist in Winterthur die Bier- oder die Sirup-Kurve. Die Sirup-Kurve, ja. Der FC Winterthur hat es irgendwie geschafft, sich einen gewissen Kult-Charakter zu erarbeiten. Einen Kult-Status. Der FC Aarau auch, aber anders. Ja, also zwischen Aarau und Winterthur gibt es auch Freundschaften. Man geht gerne auf Winterthur-Matsche und umkehrt. Hoffe ich. Und der Kult bei Aarau ist halt, weil der Klub immer ein wenig zu viel will. Also der Aufstieg in die Nazi A, wo dann alle zwei, drei Jahre wieder ausgerufen wird. Die vielen Wechsel bei den Spielern und so. Das ist einem Kult nicht so zuträglich. Und der FC Winterthur ist hip, und Aarau ist jetzt nicht so hip. Nein, das kann man so nicht sagen. Es ist wirklich auch ein Unterschied. Ich glaube, bei den Anhängern und vielleicht beim Stadionerlebnis auch, gibt es noch relativ viele Parallelen. Aber ich glaube, der Unterschied zwischen den Leuten, die den FC Aarau schauen und denen, die den FC Aarau führen, ist wesentlich grösser in Aarau als jetzt in Winterthur. Ich glaube, mit Andreas Möse, mit dem Geschäftsführer, können sich alle irgendwie arrangieren oder finden lässig, macht super Sachen. Das ist wie, der macht ja auch noch viel neben dem Fussball und die bei in Aarau. Das ist das, wie du gesagt hast. Die haben eigentlich die hochtrabenden Pläne. Eigentlich, wenn sie ja wiederum die Meisterschaft mitspielen, weil das hat es mal gegeben. Und dann eben, wenn sie einmal einposten. Letztes Saison haben sie irgendwie neun 36-jährige Stürmer geholt. Das ist einfach einfach so. Das ist ja nicht der Einzige. Sie haben ganz, ganz viele sehr alte für Fussballerverhältnisse. Erfahrene. Erfahrene, kann man auch sagen. Aber sie machen alles solche Sachen. Und das Ganze rundherum. Sie profitieren auch. Also, dass die Leute noch schauen können, können wir den FC Aarau schauen, ist nicht, weil der Klub so cool oder gut geführt ist, sondern weil es einfach das Brückchenfeld gibt. Also, von dem profitieren Sie eigentlich? Ja, das ist gut möglich. Ich glaube, das zeigt auch Sehnsucht nach dem alten Fussball. Ich habe ja diese Sehnsucht auch. Und ich befriedige das im Amateurfussball. Ich habe ja noch eine Tochter. Mein mittleres Kind ist eine Tochter. Und die schuttet. Sie ist relativ begabt. Sie war in allen Auswahlen von der Nordwestschweiz. Sie schuttet auch eine ACB. Und jetzt spielt sie bei der Zweitliga-Frauen. Und ich gehe jeden Match, das hier im Bachgraben, das ist so eine Sportanlage in Basel, an der französischen Grenze, ich gehe jeden Match dort schauen und dann eben zuspielen noch nach der zweiten Liga. Und für mich ist das herzerfrischend. Also, der Amateurfussball. Mir geht es um den Fussball. Und Kurven und Stadien, okay. Aber dann geht es dir momentan nicht so gut, weil der Amateurfussball ist genau der Fussball, der während der Corona-Krise jetzt nicht stattfindet. Die Saisons sind wieder abgesagt. Und das liegt alles auf Eis. Ich meine, es geht nicht nur mir schlecht, sondern es geht auch dem Amateurfussball sehr schlecht. Also, das sind wahnsinnige Einbussen, die die Clubs jetzt haben, dadurch, dass sie nichts machen dürfen. Also, ich war lange bei Old Boys Basel Juniore-Trainer. Und ich weiss, wie der Klub Geld macht. Das sind Turniere. Im Dezember machst du Hallenturniere. Das darf alles nicht stattfinden. Du machst die Hallenturniere, um Geld zu verdienen. Im anderen Fall in Basel ist zum Beispiel Kongeli, also Concordia Basel. Die haben Wurst- und Bierstände im Jockeli. Wenn kein Publikum ins Jockeli darf, verdienen die nichts an diesen Ständen. Das ist extrem wichtig für die Clubs. Viele Clubs haben ein Beiz. Also, bei ihrem Sportplatz ein Beiz. Es ist alles zu, es ist alles weg. Und den sozialen Effekt darfst du natürlich auch nicht vergessen. Man trifft sich nicht mehr am Spielfeldrand, man trifft sich nicht mehr auf dem Spielfeld. Es ist alles vorbei. Wir haben in diesem Podcast schon darüber gesprochen, was Corona mit dem Fussball macht. Wir haben immer über den Spitzenfussball geredet. Wir haben über Profivereine geredet. Wir haben über den Zuschuss vom Bund geredet, die kommen oder nicht kommen. Über die Bedingungen, die an diese Kredite geknüpft sind, die zum Teil absurde Ausmassungen angenommen haben. Jetzt ist zumindest eine Bedingung an diese Kredite gestrichen worden. Wir reden auch von Affen-Perdue-Beiträgen. Wir werden sicher nächste Woche intensiv noch einmal über das reden, weil Angelo Canepa dann als Gast ist. Wir haben aber bis jetzt sehr wenig über den Amateurfussball geredet, was ja eigentlich viel mehr Menschen betrifft. Wenn man mal alle Fussballvereine zusammenzählt in der Schweiz, und zwar Amateurvereine von 5. bis 1. Liga, all die Juniorenabteilungen, die Frauenabteilungen, da liegt ganz viel Lahm im Moment. Wie schlimm ist das für den Amateurfussball? Und wird der nachhaltig schädigt jetzt durch diese Zeit? Wir reden immer davon, dass gewisse Fussball-Profi-Klubs nicht überleben können. gewisse Amateurvereine vielleicht auch nicht überleben können. Die Chance ist eigentlich sehr hoch. Die Probleme, die Wolfgang gerade angesprochen hat, sind natürlich akut, dass gewisse Einnahmen fehlen. Und gerade im oberen Bereich des Amateurfussballs hat es ja doch noch relativ ambitionierte Clubs, die eigentlich investieren, um mal aufzusteigen. Und jetzt können sie das nicht. Und das ist natürlich ein Desaster für sie. Für sie ganz hinten ist es wie schon jeder Rappen, der fehlt, bei denen schon eigentlich zu viel. Und was eben auch noch dazu kommt, und das finde ich eben recht interessant, ich habe das jetzt von einem Verein in Zürich gehört, jahrelang haben immer die Nachwuchsabteilungen von jedem Fussball-Klub in der Schweiz mehr oder weniger überrennt worden. Lawinen von jungen Fussballerinnen und Fussballern wollten dort die Wartelisten nicht geben, du konntest nicht überall aufgenommen werden. Und jetzt gibt es anscheinend in dieser Zeit, wo sie nicht spielen konnten. Während die erste Welle da gerollt ist, viele konnten halt monatelang nicht Fussball spielen, dann konnten sie eine Zeit lang wieder. Und es sind offenbar ganz viele von diesen Kindern nicht mehr gekommen. Jetzt nicht unbedingt, weil die Eltern Angst hatten, dass es jetzt noch eine Ansteckung oder so gibt, sondern dass sie in der Zeit, wo sie nicht shooten konnten, wie etwas Neues gefunden haben, das sie begeisterten. Und das kann, weisst du nicht was, Drachensägel, Motorfliegen, Zug, Gamer, was auch immer, irgendetwas anderes sein. Auf jeden Fall so, das sei so akut gewesen, dass gewisse Vereine wieder anfangen, Werbung zu machen in den Schulen, um die Kinder wieder zu holen und die Jugendlichen wieder zu holen. Kommt wieder zu uns, weil jetzt haben wir so viele Plätze, für die haben wir so lange gekämpft. Wir haben Juniorentrainer und es kommen keine Spieler mehr. Also es kommen schon noch, aber es kommen viel nicht mehr. Jetzt wird es fast schon gesellschaftspolitisch. Die sind ja nicht in andere Vereine, weil der Volleyballklub war genauso betroffen, der Uni-Hockeyklub war genauso betroffen. Das heisst, da ist eine Vereinzelung im Gang, dass wir das Vereinsleben an sich fast etwas darunter legen. Ich glaube, es sind sehr viele Faktoren, die hier zusammenspielen. Es ist erstens einmal schon, also ich weiss es einfach von Basel, da ist natürlich der FCB der einzige grosse Klub und alle Kinder sind Fan vom FCB. Und wenn du natürlich nicht ins Stadion kannst als Bub oder als Mädchen, dann ist schon einmal ein Teil der Faszination weg. Gerade in der Zeit, 2002, 2003, als der FCB gross wurde, war ich Juniorentrainer bei Old Boys Basel. Und dann kamen sie alle mit dem FCB-Dress an und wir hätten irgendwie sieben Pampers-Mannschaften machen können. Und das ist momentan nicht, weil der Fussball ist irgendwie ein wenig tot. Ich muss es fast so hart sagen. und das andere sind halt die Vereine, die Darbe wirklich zum Teil. Natürlich halten sie sich am Leben wahrscheinlich mit den Vereinsmitgliedschaften. Aber alles, was dazukommt, die ganzen Turniere, ich war mit den Junioren an diesen Turnieren. Eine riesige Sache für alle, für die Kinder. Die haben wochenlang nicht mehr geschlafen, weil sie gewusst haben, Ende Juni gehen wir da an das Kids-Cup-Turnier und dieses und jenes. Das ist jetzt alles weg. Also es ist auch die Begeisterung für den Fussball, die allgemein immer so ein wenig im Psychischen brodelt. Das ist einfach weg. Und das merken die Kinder. Und ich glaube, das sieht man erst in einem Jahr oder so, dass da viel passiert. möglicherweise ist es auch gesund schrumpfig, wo es wahrscheinlich zu viele gab, die immer schuten wollten. Aber ich glaube, das hat sehr, sehr starke soziale Auswirkungen. Genau. Also Mannschafts-Mannschafts-Sport ist nun einmal etwas Integratives. Das weiss jetzt jeder. Und wenn das alles wegfällt, wenn alle nur noch Roger Federer eifern können, oder was gibt es denn für Sportarten? Ohne der FC wäre ich ein asozialer Pflop geworden, glaube ich. Also ich bin nicht ins Militär. Ich war immer skeptisch gegenüber Gruppengeschichten, wo man sich unterordnen musste, wo Gruppen zählt hat und das Individuum nicht. Da bin ich immer unglaublich skeptisch. Beim FC St. Gallen, unter dem Zeilen, wärst du überhaupt nichts geworden. Nein! Bei Schouten ist es eben gegangen. Dort habe ich nie hinterfragt. Beim Fussball, dort habe ich es genossen, dass man als Kollektiv etwas erreichen muss. Als Einzelner kannst du nichts erreichen, wenn das Kollektiv nicht. Und das ist jetzt auch gerade sehr pathetisch. Aber das ist tatsächlich so. Die Kraft hat ja den Fussball durchaus. Ja. Ich sehe es nicht ganz so drastisch, wie das von Wolfgang Kripp getönt hat. Ich glaube nicht, dass das alles jetzt sterben wird und dann gibt es das nicht mehr. Nein, nein. Long Covid. Es werden sicher viele Kinder und Jugendliche weggefallen, wo der Reiz verloren gegangen ist in dieser Zeit. Ich wüsste es ja als Kind. Du bist ja wirklich so schnell und bist von etwas anderem begeistert. Es geht ja wirklich wahnsinnig schnell. Du spielst irgendwie etwas mit irgendwelchen Spielzeugen und nachher ist das nicht mehr spannend. Das Nächste kommt und das andere langst du nie mehr an. Es kann natürlich gut sein, dass beim Fussball auch viel passiert. Wieso bin ich monatelang nicht gegangen? Ich habe jetzt angefangen, Modellflieger zusammenzubasteln und diese Stigola finde ich genau gleichlässig. Wie steht es denn um den Amateurfussball generell? Das ist das eine, dass jetzt die Corona-Krise der Amateurfussball, also nicht nur der Fussball, der Amateursport generell, der Vereinssport, gerade lahmleitet. Wie steht es denn um den Amateurfussball? Meine Erinnerung als Junge beim FC Stefa? Klar, der FC Stefa hat dort die Erste Liga gespielt, aber das ganze Dorf war auf dem Fussballplatz Es hat auch Eintritt gekostet. Es gab einen Grill, der wurschtbrötelt wurde. da war ich jetzt viele Jahre nicht mehr. Und das letzte Mal war, man muss sagen, der FC Stefa spielt mittlerweile in der dritten Liga. Aber Eintritt hat es nicht mehr gekostet, einen Wurststand hat es auch nicht mehr gegeben und es sind nur noch ein paar verlorene Seelen dort und es ist das Eins, es ist das Eins, die erste Mannschaft des Fussballklubs, vom Dorf. Und das Dorf wurde nicht kleiner, das Dorf wurde eher grösser, das ist gewachsen. Es ist ziemlich bezeichnend, die Geschichte des FC Stefa, so geht es wahrscheinlich recht vielen. Gibt es die ganz viele Ursachen, ich würde sagen, der Zustand des Amateurfussball in der Schweiz ist sehr prekär, also wirklich sehr, sehr, sehr prekär. Und zwar, da gibt es ganz viele Ansätze, ich weiss gar nicht, wo man anfangen soll, wir können an dieser Entwicklung des FC Stefa anfangen. Das ist jetzt einfach eine Wahrnehmung. Es ist nur eines Beispiels, wo dem FC Stefa nicht unrecht tut. So wie es dem FC Stefa ging, geht es ganz vielen. Das waren mal ambitionierte Amateurvereine, die haben irgendwo in der ersten Liga gespielt, haben vielleicht mit einem Auge etwas zuträumt, dass sie vielleicht irgendwann mal in Nazi B aufsteigen, aber es musste auch nicht sein, die erste Liga war immer schon gut. Aber in letzter Zeit, also ich sage mal in den letzten 20 Jahren, ist halt das Niveau so massiv gestiegen im Amateurfussball und das ist der Grund, dafür, dass alle die Profiklubs immer mehr sehr gute Fussballer ausgebildet haben, wovon aber nur einen kleinen Teil tatsächlich wirklich im Profifussball landet. Die anderen spielen es irgendwo an, das sind dann fantastische Fussballer, grossartig, aber sie haben halt keinen Platz in einem Profiklub, sie möchten vielleicht in einer Ausbildung, arbeiten etwas und erhoffen sich noch nebentran wenigstens etwas zu verdienen. Und um diese Spiele reissen sich dann ganz viele ambitionierte Amateurklubs, aus der ersten Liga, aus der zweiten Liga, Interregional, die kostet aber etwas. Oder du lockst sie mit einer Arbeitsstelle, also sie kommen zu dir im Klub, der Präsident des Klubs führt noch irgendwie ein Lager oder sonst irgendetwas. Ich meine, das ist ja der Klassiker Amateurfussball, oder? Das ist ja schon immer so gewesen, oder? Jetzt ist es fast noch akzentuiert, weil du holst dann wirklich sehr, sehr gute Spieler. Und dann gibt es andere Clubs, die finden, mache ich mich nicht mit, wir sind ein Amateurfussballklub, wir zahlen doch keine Gelder. Dann landest du dort, wo der FC Stefan halt passiert. Wo der FC Stefan gelandet ist. Also ich weiss nicht, ob sie das vielleicht auch schlecht geplant haben. Vielleicht hatten es andere Fälle. Ich weiss es wirklich nicht. Mega allein habe ich den FC Stefan so fest ins Feld geführt. Ich habe keine Ahnung, wie der FC Stefan ist. Also ich bringe jetzt einen anderen Verein. Der BCA Alemania in Basel. Das ist der letzte Verein, in dem ich noch Fussball gespielt habe. U50. Da habe ich dort Fussball gespielt. Und das ist ein Amateurverein. Seit eh und je. Der hat einen guten Zusammenschluss von zwei Clubs. Anfang 21 ist das Jahrhundert. Die einen haben eine super Nachwuchsabteilung gehabt. Die anderen haben überhaupt keinen Nachwuchs gehabt. Und dafür eine gute Mannschaft in der dritten Liga und in der vierten Liga. Und die haben sich zusammengeschlossen. Und ich gehe jetzt nur vom Sozialen aus. Das ist natürlich ein Verein, der sehr traditionell ist. Also die schauen auf das Gesellschaftliche. Da gibt es ein Weihnachtsfeier. Da gibt es ein... Jedes Jubiläum wird gefeiert. Da wird gefeiert, gefeiert, gefeiert. Und man trifft sich alle. Das ist... Es ist auf einem Sportplatz, wo es eine Beize hat. Also eine betriebene Beize, die einfach so oben auftut. Nach jedem Training sitzt man noch in die Beize und trinkt sein Bier oder sein Mineralwasser, je nach Level, wo man shootet wahrscheinlich. Und das ist ganz, ganz wichtig für den Verein, das Soziale. weil... Und ich habe... Ich weiss... Ich weiss... Ich habe... eine 100 Jahre eine Chronik zusammen mit dem Ex-Präsidenten geschrieben über den Verein. Wegen dem weiss ich das Ganze. Und das ist von Anfang an gepflegt worden. Die Geselligkeit, das ist ganz wichtig in den ganzen Amateur- Fussballvereinen. Und bis heute ist das sehr wichtig. Und das ist jetzt alles weg, ist alles gestrichen. Beize dürfen nicht auftun. Training ist auch nichts. Also, die Kleinen dürfen glaube ich noch trainieren, oder? Genau, bis... Bis zwölf. Junioren dürfen noch, ja. Junioren dürfen noch, ja. Aber bis zwölf, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Die gehen nicht in Beize, oder? Also, alles... Das ist jetzt... Je nach Club sind so die Zwölfjährigen noch Biers auf. Und gerade das gesellschaftliche, der soziale Rahmen, den das Ganze auch gibt, das ist ganz wichtig. Das darf man nicht vergessen. Neben dem Fussball ist das das Wichtigste eigentlich. Das ist jetzt wieder ein Corona-Erfolg. Ist es aber nicht... Also, ich weiss es nicht. Ist es vielleicht so, dass die Identifizierung von einem Dorf mit seinem Fussballklub immer noch gleich gross, wie ich es erlebt habe? Als Junior gehe ich nur noch die Plakate. Ja, ja. Ich gehe Matchplakate kleben. Gut, man muss eben sagen, wir sind damals... Der FC... Stefa... Ich weiss, das heisst Stefa, nicht Stefa. Erste Liga war und Johann Neskens war Trainer und Jürgen Seeberger ist im Sturm. Also, klar, das war eine gute Mannschaft, aber dort hat man noch Matchplakate geklebt und die ganzen Junioren sind ausgeschwärmt und haben Matchplakate geklebt, ohne dass sie Geld dafür bekommen haben. Und im Dorf hast du gesehen, es ist wieder ein Spiel am Sonntag. Der FC Balzers kommt oder was auch immer. Und dann wüsstest du, es ist ein Spiel. Ich zum Beispiel, wohne schon seit sieben Jahren in Wollishofen und nehme schon seit sieben Jahren vor, ich muss dann mal den FC Wollishofen schauen. Ich war noch nie, auch weil ich es immer verpasst, weil ich sehe gar nie irgendwo, dass der FC Wollishofen spielt. Ist das nur meine ganz persönliche Wahrnehmung, dass das etwas verloren gegangen ist? Oder ist das so? Vielleicht ist das schon etwas verloren gegangen, aber ich denke, jetzt im Dorf, also auf dem Land ist das immer noch relativ stark. Also da gehen die Junioren immer noch Plakete aufhängen und die Leute treffen sich auf dem Fussballfeld. Natürlich ist es nicht mehr so wie früher, oder? Also früher eben, wie ich Kind war, hätte es nur Fussball gegeben und Karl May und sonst nichts. Heute gibt es halt Unihockey und Tennis und alles Mögliche. Aber das ist ein normaler Prozess. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es auf dem Dorf wirklich noch so ist. Also erstes Mal ist es so, wo man halt noch nicht so den überall Zugang auf den ganzen globalen Fussball hatte, ist ja wie so. Für mich aus Mappenstedt ist natürlich einer, der beim FC Affolter in der ersten Mannschaft gespielt hat. Das war ein Superstar. Das war so wie der nächste grosse Fussballer. Nicht einer, der bei Manchester United oder was auch immer gespielt hat. Ich sage ja Jürgen Seeberger, der hat noch geraucht. Jürgen Seeberger hat noch geraucht und hat aber eine Kiste nach der anderen gemacht. Kopfballmonster. Bei uns hat der Zaffolter dann Alex Germann trainiert. Das ist einer von denen, der am Schiedsrichter Klötzli angesäckert ist. Da mal so wette ich. So wette ich. Genau. Aber das ist so das eine. Das andere ist natürlich auch die Aufmerksamkeit. Also ich kenne jetzt alle die Zeitungen. Früher hast du doch noch Regionalteile gehabt. Dann ist er bei den Lokalen Klub gestanden, was die gespielt haben, was nächste Woche ist, alles das. Jetzt sind die Zeitungen halt auch zusammengeschrubft. Der Regionalteil wird zusammengelegt. Und jetzt hast du das irgendwie gar nicht mehr. Die Beachtung zu finden ist schon relativ schwierig. Und dann kommt noch dazu, sobald du natürlich einen Dorfklub hast, wo gewisse Ambitionen hat und eigentlich weg muss kommen von dem, wir haben da die Besten aus unserem Dorf, aus unserer Region. Weil das kannst du schon machen. Du kannst schon mit den Leuten aus deiner Region spielen. Aber dann spielst du nicht in der ersten Liga. Dann spielst du auch in der dritten oder vierten Liga. Das haben viele jetzt fast schon bewusst gesagt. Wir wollen keine Verstärkungen, die wir die Tür verpflichten müssen. Und dann steigst du einfach ab. Also bei uns eben Affolter war der grösste Klub. Wetzville-Bonnstetten war nichts. Aber in der Zwischenzeit hat einer von Wetzville-Bonnstetten, glaube ich, Präsident oder so, der hat irgendwie die Postfilialen geführt. Und dann sind alle die talentierten Amateurfussballer haben dort einen Job bekommen nachher bei Wetzville-Bonnstetten. Die spielen jetzt in der ersten Liga. Affolter spielt irgendwie immer noch irgendwie unten. Und dann gibt es noch etwas viel Extremeres. Ich habe für zwölfmal eine Reportage gemacht, genau über das. Über die Spieler im Amateurfussball, wie die so gelockt werden, was die so verdienen. Und erstmals gibt es ja wirklich Spielerberater auf dem Level, die einfach so großflächig Spieler anbieten, überall. Und dann treibt es einmal so Blüten. Ich war dann beim FC Wesen. Das ist jetzt nicht ein grosser Klub mit wahnsinniger Reichweite, aber die hatten einen sehr ambitionierten Präsident. Und er wusste, ich kann schon diese aus dem Nachwuchsetzen eins hochholen. Das ist vielleicht lässig. Es kommen dann vielleicht zehn Leute mehr zu, an seine Eltern und Verwandten. Aber ich habe keine Chancen sportlich. Und dort haben dann einfach fünf Tschechen gespielt, die geholt wurden, um zu shooten beim FC Wesen in der, glaube ich, Zweitliga regional. Und das ist schon eine absurde Entwicklung. Sankt Margrethe war auch so. Also die holen dann, dann gab es auch noch ganz viele, die so mit Touristen-Weisum gekommen sind. Eine ganz dubiose Geschichte. Wenn du als Tourist kommst, kannst du eine Lizenz lösen beim Fussballwohnen. Du kannst dann spielen, musst einfach nach drei Minuten gehen. Dann hatten viele, die gute Connections gehabt haben. Vor allem in die Balkanregionen sind da super Fussballer gekommen. Drei Monate lang gespielt. Wie gesagt, das hat es schon immer gegeben. Mein Vater hat so Fussball gespielt. Und ich habe einen Freund in Österreich, also am Bodensee, in Bregenz, dem sein Vater wurde irgendwie von Bregenz geholt worden, aus der Steiermark, glaube ich. ganz weit weg mit der Versprechung. Du hast einen Job und spielst für uns. Ich glaube, das ist ein normaler Weg. Was du noch meinst, ist, dass heute viele Leute zu viel Fernsehen schauen. Ja, das finde ich sowieso. Das kommt ja. Ich glaube, das ist ein Grund, wieso man nicht mehr zum Dorfverein geht. Weil man ja Barcelona und Chelsea frei Haus liefert hat. Du kannst ja jeden Tag einen Fussballmatch schauen. Und ich mache das jetzt nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben Dyson oder Sky oder so einen Rappen gezahlt. Ich finde, Fussball ist Kunst. Fussball gehört dem Volk. Also muss das auch im Free-TV laufen. Und ich schaue nur Free-TV. Fussball auch da gibt es genug. Abends kannst du deine Zeit verschwenden mit irgendwelchen furchtbaren Matchen. Aber viele Leute gehen halt wegen diesem nicht mehr. Was man aber auch noch sagen muss, es gibt viele, also die Zuschauerzahlen im Amateurbereich sind wirklich sehr starke Rückkäufe. Also wirklich extrem. V.a. ein paar Clubs gab es nicht mehr relativ gut besucht. So kleine Städte, so Kreuzlinge und so. Da hatten dann relativ viele Zuschauer. jetzt ist es extrem viel weniger als auch schon. Es ist sicher auch dem geschuldet. Und es ist sicher auch dem geschuldet, dass wahrscheinlich gewisse Frustration bei diesen Vereinspräsidenten und Vereinsvorständen herrscht. Du probierst, es kommt nie jemand zu schauen, es kommt doch überhaupt nicht darauf an. Und das zieht sich, finde ich, recht weit hoch. Also ein bisschen so verbann. Denn in anderen Ländern haben das auch erkannt, dieses Problem. Wir müssen doch den Amateurfussball wieder stärken. angefangen, auch in England sogar. Ich hatte so einen Non-League-Day. Der ist immer an einem Tag, wenn die Nationalmannschaft spielt. Das heisst, die Premier League und so die grossen Mannschaften pausieren dann. Und dann konnte sich jeder Klub, jeder grosse Klub, einen kleinen aussuchen und dann irgendetwas mit dem machen, was Aufmerksamkeit generiert. Mit dem haben die berühmten Spieler aus der Premier League. In Deutschland hat es Tag der Amateur geheissen und die berühmten Spieler aus der Bundesliga sind dann wieder zu ihrem Dorfklub gegangen. Sie haben es übertragen, ein Fernsehstudio gemacht, alles so. Das hat dann wieder Aufmerksamkeit generiert und sie hatten natürlich wahnsinnig viel mehr Zuschauer als sonst. Es wurde darüber berichtet. Es sind ja super schöne Geschichten, du kannst etwas erleben. Mittlerweile gibt es das in fast allen Ländern. in der Schweiz auch mal zu starten. Und das ist ja nur schon bezeichnet, dass das dann ein Klub selber anreissen. Es gibt dann niemanden von der Amateur- Fussballvereinigung, vom Fussballverband, der sagt, jetzt müssen wir wieder etwas machen für unsere Klub. Es muss dann alles von dem Klub selber kommen. Das war dann von Dani Kessler vom FC Kreuzlinger, der dann einmal im Verband gefragt hat, können wir nicht da etwas machen? Und dann kommt einfach nichts. Es hat niemanden, der sich dafür einsetzt. Einfach niemand. Verbandkritik. Das ist wirklich Verbandkritik. Bevor wir den Amateur-Fussballverlösen noch kurz über Aktualität sprechen, was wolltest du sagen? Du siehst ja jetzt, was ja früher eine Möglichkeit für einen kleinen Klub aufmerksamkeitserregen ist der Köp. Ja. Und heute ist es ja so, dass die meisten kleinen Klubs die Match-up geben, weil sie sie nicht finanzieren können. Oder sie zittern bei der Auslösung. Ja, kein grosser. Ja, also ich habe irgendwie einmal den FC Orphund, der Präsident, der I.B. in der ersten Runde hatte, interviewt und verzeitig und der hat gesagt, ja, das ist natürlich eine super Sache, aber das reisst uns ein Loch in die Kasse. Das ist absurd. Weil Sicherheitskosten. Ja, ja. 3'000 Leute sind es gewesen, oder? Nur schon die Zusatz-Tribüne, die es braucht. Ja, heute kostet die Sicherheit, kostet ja unglaubliches Geld mit der Bühne. Also... Dabei, und zum Abschliessen, also das legendärste Erlebnis auf dem Fussballplatz vom FC Steffen, war es, wo, ich glaube, zu irgendeinem Jubiläum die alte Weltmeistermannschaft 74, glaube ich, von den Deutschen aufgelaufen sind. Wirklich, also fast alle von den grossen, von damals sind, die sind wahrscheinlich so ein bisschen rumgetingelt und haben überall ein bisschen Geld bekommen. Aber das Happening, das kommt man in den Sinn, wegen Zusatz-Tribünen. Nur schon, was für Zusatz-Tribünen plötzlich auf dem Fussballplatz die Steffen gestanden sind, unglaublich hoch, unglaublich gross und sie waren alle gefüllt. Ich habe noch nie so viele Menschen an einem Fussballplatz gesehen. Und wir als Juniorer durften spalieren und da sind die beiden Mannschaften in ihnen gelaufen. Eines vom FC Steffen und die alten Weltmeister aus Deutschland. Das werde ich bis heute nie mehr vergessen. Und das ist das, was du meinst. So die Erlebnisse, die dich nachher ein Leben lang an einen Klub binden, die gibt es weniger als auch schon. Ja, das ist ganz klar. Wir reden nicht über die deutsche Fussball. Das stelle ich mir immer so vor. Ich sehe sie immer, wenn zum Beispiel im Verein wie der FC Steffen, ich habe so einen Steffen, wie? Steffen. Steffen. Die stellen dann so die Stahlrohr-Nüssli-Tribüne auf. Wenn es fertig ist, denkst du immer so, jetzt sieht es aus, wie ein Brückchenfeld. Ganz genau. Wir reden über die Nazi. Die Nazi spielt jeden zweiten Tag ein Spiel. Die tut mir auch leid, die Fußballspieler. Die haben ja jeden zweiten Tag ein Spiel. Das war der Kalender des FC Sion. Der FC Sion hat im nächsten Morgen 10 Spiele, glaube ich, 30 Tage oder so. Ja. Also ich habe kein Mitleid mit denen. Das ist ihr Beruf. Die verdienen genug Geld und dann, statt dass sie trainieren, schütten sie alle. Also ich kann mir als Profifussballer das super vorstellen. Nicht ins Training, sondern ein Matchchen machen. Ist doch cool, oder? Ein Matchchen machen und reisen und jeden Tag noch einen Stift in die Nase stecken lassen. Ein Corona-Test. Die Schweizer Nazi ist auf Belgien abgeflogen. Wir wissen wieder nicht, ob uns die Aktualität überholt. Es ist jetzt früh, für den Dienstag Nachmittag. Sie sind abgeflogen, obwohl der Jordan Lotomba positiv getestet worden ist. Plus ein Mitglied vom medizinischen Staff bei den Nazi. Also das ist momentan Alltag. Die Corona-Tests und ein regelmässiger Spieler, der positiv ist. Darum wird ja der Liga jedes zweite Spiel abgesagt. Die Super League-Tabelle und auch die Challenge-Liege-Tabelle haben ja kaum gar keine Aussagekraft momentan. Entweder fünf Spiele haben die einen und die anderen schon neun. Das war irgendwie im Eishockey. über lange Zeit. Und jetzt sind sie aber abgefahren und ich möchte jetzt mal etwas mit euch versprechen, das wir schon lange auf der Liste haben, weil es einfach sehr obskur ist. Das ist das Beste. Ich glaube, ich weiss, was kommt. Du Eva hat sich das schon überlegt, dass das eventuell bei dieser Nations League sein könnte, dass da eventuell mal ein Spiel ausfällt. Und wir kennen den dicht gedrängten Kalender im Weltfussball oder im europäischen Spitzenfussball. Und jetzt ist die Nations League halt da, die muss reingedrückt werden. Und falls jetzt mal ein Spiel abgesagt werden, wo man keinen Termin findet, um das Spiel nachzuholen. und dann niemand wirklich per se geschuld ist, daran hat sich die UEFA überlegt, was machen wir denn? Und sie sind auf die glorreiche Idee zu lösen. Super. Also, auf drei Zetteln stehen dann Resultate, ein 1-0, ein 0-0 und ein 0-1. Und dann, wenn das Spiel nicht stattfinden konnte, zum Beispiel gegen Spanien, am Samstag Schweiz Spanien kann nicht stattfinden, weil die ganze Schweizer Nazi noch positiv ist. Dann wäre sie aber die Schuld. Du darfst nicht keine Schuldigen haben. Es darf niemand die Schuld sein. Dann lösen wir einfach und was dann gelöselt wird, das gilt und ist tabellenwirksam. Das finde ich super. Das finde ich eine super Idee. Lösen? Ja. Könnte man nicht, weiss nicht, das Wettssaufen machen per Skype? Es gibt auch so viel interessanter. Da würde niemand gewinnen, glaube ich, bei den Fussballern. Nein, lösen, wieso hat lösen eigentlich so ein schlechtes Image? Ich glaube, der Glücksfaktor ist ein bisschen höher. Nein, ich bin zum Beispiel auch dafür, dass man statt wählt lösen würde. Also man hätte den amerikanischen Präsidenten auslösen können. Ich meine das ernst. Also man hätte den auslösen können, dann wäre es klar. Und ich glaube nicht, dass viele schlimmere Sachen passiert wären, wenn man auch in der Schweiz einmal statt der Regierungsratswahl eine Regierungsratsauslosung macht. Ich habe nichts gegen das lösen. Man muss es einfach akzeptieren. Das wird dann eben schwierig. Das ist ja genau das Problem. Man kann ja viel mehr akzeptieren, wenn man verloren hat gegen jemanden, dann sind die anderen halt besser gewesen. Aber auch wenn wir vielleicht viel besser spielen. Sagt das mal an Donald Trump. Ja. Sagt das einem anderen Trainer von der Verlierermannschaft. Das stimmt doch gar nicht. Die akzeptieren doch die Niederlage in dem Sinn. Sie müssen. Ja, sie müssen. Genauso müssen sie auch das Löschen akzeptieren. Es gibt viel weniger Gründe, das Löschen zu akzeptieren, als wenn auf dem Feld einfach ein Goal weniger geschossen ist als der Gegner. Man muss jetzt aber auch sagen, das ist sehr interessant. Bist du sicher, dass es mehr Gründe gibt? Du kannst ja auch sagen, der Schiri war gegen uns, der war, was gibt es noch alles? Natürlich. Es gab keine Hands. Es gibt immer Ausreden, aber am Schluss ist es einfach so, wie es ist? Also dann wirst du... Aber ja. Es ist auch beim Löschen. Es ist auch beim Löschen. Es ist so, wie es ist, oder? Du würdest ja sagen... Es ist ein klarer, transparenter Vorgang. Ich stelle mir jetzt vor, du schaust den Wolfgang, du schaust eine ganze Meisterschaft, wo jede Runde wird ausgelöst, wie viele, wie die Spiele ausgelöst sind. Ich habe zum Beispiel alle abgesagten Spiele wegen Corona abgesagten Spiele ausgelöst. Okay, ich muss... Aber die Spielplangestaltung gibt es ganz neue Möglichkeiten. Ja, für den Fall. Wenn wir da mal ein bisschen open-minded gehen würde, wie Wolfgang würde sagen, suche kein Ersatzdatum. Wenn es nicht stattfinden kann, wird es gelöschen. Gut, dann wird vielleicht der eine oder andere Tag einfach so dual, als hätte er ein paar Corona-Fälle, weil die Chance, dass er per Los gewinnt, ist dann doch noch grösser als auf dem Platz. Ich habe die Utensilien zu Hause, ist mir jetzt ganz synchron. Ich habe so ein uraltes Spiel, das heisst, glaube ich, Fussball-Toto oder so. Und das funktioniert mehr oder weniger so. Du hast Partien und du hast auch so Spielzeuge, 50 Räppler und so. Und du kannst auf Spiel setzen, also Toto halt spielen, und dann hat es einen Würfel, wo immer entweder 1, x oder 2 rauskommt. Also Heimspiel, Heimsieg, Auswärtssieg oder Unentschieden. Und dort ist alles da, sogar noch alle Mannschaften, leider von damals. Dort ist noch so La Chottefond und Fribourg und Nordstern und so dabei. Aber man braucht eigentlich nur diesen Würfel. 1, x, 2. Ich hole das gerade für. Hast du das Spiel mal durchgespielt? Nein, es war unfassbar langweilig. Es war so langweilig. Ja, aber wenn du zum Beispiel eine ganze Meisterschaft einmal so durchspielst, früher waren es ja 26 Runden in dieser Zeit. Schau mal, wer Meister wird und wer absteigt. Wahrscheinlich ist Stefan. Was? Ja. Weisst du, wenn du das Spiel jetzt mit dem Würfel durchspielst, dann schaust du am Schluss eine Tabelle, jeder hat 26 Spiele. Ja, aber der FC Basel wäre nicht achtmal hintereinander Meister geworden, hätte man gelöselt oder gewürfelt. Das wäre, also gut, das wäre gar nicht so schlecht gewesen eigentlich für die Liga. Ja, aber ich finde Fussball so wie jetzt ist eigentlich schon spannender, wenn man gegeneinander spielt und nachher einen Sieger hat, als wenn man einfach gewürfelt. Okay, es war vielleicht ein wenig hart, das mit dem Löseln. Aber ich meine, das Löseln hätte es gegeben. Wenn man spielen kann, das hat es ja gegeben. Statt dem Penalti schiessen, vor allem. Ja, ja. Vor dem Penalti schiessen wurde ab und zu gelöselt. Aber das ist doch ein unglaublicher Fortschritt, dass man dann irgendwie gefunden hat, wir machen ein Element, ein spielerisches Element, das noch für Spannung sorgt. Also das Penalti schiessen ist doch hundertmal besser als das Löseln. Ja, also ich finde, es gäbe bessere Formen vom Penalti schiessen. Zum Beispiel das, wo die Amis hatten in der North American Soccer League, wo der Spieler, also der Penalti schütze, nicht vom Penalti Punkt aus rennt, sondern von 30 Meter oder so. Und dann pfeift der Schiedsrichter an und dann hat er 5 Sekunden Zeit um das Goal zu schiessen. Also er seckelt los mit dem Böllo und der Goalie stürzt ihn halt entgegen. Das finde ich viel spannender als einfach das Penalti schiessen vom Punkt. Weil dort hast du noch mehr Möglichkeiten. Du kannst den Goalie überlaufen, nebenan schieben, du kannst den Goalie austrippeln. Einfach nur 5 Sekunden Zeit. Also wie Eishockey im Prinzip. Wie Eishockey, genau. Ja, fände ich auch. Fände ich besser, ja. Wir sind an einem sehr spannenden Punkt, den wir leider abbrechen müssen für das Fernsehpublikum. Das wird jetzt langsam ein Trick. Nein, es ist schon lange ein Trick. Liebes Fernsehpublikum, liebe Menschen, die uns auf YouTube schauen, da fängt es jetzt erst richtig an. Hören hier in den Podcasts, den Audio-Podcast auf srf.ch slash audio, Spotify, iTunes, wo immer ihr Podcast holt. Dort wird jetzt noch etwas weiter diskutiert über Möglichkeiten, ein Spiel zu entscheiden, wenn es nicht entschieden ist oder nicht stattfinden kann. Sikora Gisler, der Fussball-Podcast. Sikora Gisler! Präsentiert von Tom Gisler und der Meme Sikora. Sikora Gisler! Produktion Tom Gisler, online Laszlo Schneider, Distribution Natascha Reitz, Layout Sascha Rossier, Projektverantwortung Jan Petzold und Susann Wilzig. Ausparnisler! Ausparnisler Ausparnisler von Tofon Gisler Sikora Gisler